dieses war ein bisschen so weil erstmal muss man sich vorstellen mein name ist zumindest john für die mich nicht kennen ich habe reaction videos gerade gemacht zu ssco und den ganzen kram so und da habe ich leider vergessen dass der ton von den kopfhörern und nicht über den desktop und dann hat man nur mich gehört und das war natürlich graut aber ein reaction video ist ja keine reaction video wenn man was schon gesehen hat meiner meinung nach und da leiten wir gleich mal ein und zwar habe ich ja mal ein video gesehen von kasimir und irgendein anderem an so ein pool wurde auch so ein saldo in den pool macht ich erinnere mich nicht mal ein bubblegum dieses dieses bubblegum von diesem eis und so ne und da mir ein paar in den comments geschrieben so macht doch noch mal und hören die meinen anderen song noch mal von kasimir an gibt den hat mir nicht so gut gefallen war mit so ein bisschen zu viel rumgeschreie und dies das jenes so ein bisschen möchte gern six nine style aber so leute und wenn jetzt die ganzen fanboys schon wieder weg von der blöde ich singe just don't give a fuck so ich muss ja er wollte eine ehrliche reaktion oder wollte fanboy gelaber so und ich habe noch nicht so viel von den jungen gesehen sowieso erstmal respekt an jeden der irgendwas macht und sie du hat den auch letztens nicht wirklich props geben hat gesagt wird noch mehr von dem hören das gefühl habe ich auch erst eine interessante person sonst wird man ja nicht über ihn reden und wir schauen mal rein der gar wir gucken ob mich das abholt oder nicht wird ehrlich einfach sagen was ich denke so easy ja logisch schon mal schön gemacht das mortal kombat logo perfekt wenn die message ganz gut von bis es klappt so lange muss man dranbleiben nicht wo kommt der dude eigentlich her wo kommt kasimir her zeit ist geld weil rolex viel kostet bitches reden aber die ist keine post bitch ey ich laufe arrogant in meiner kost shit kasimir ja ich bin sowieso auf mein fuck shit ich war immer frech in der schule am verkaufen ja und in der pause mit den fox ich war am rauchen kleiner junge ey ey ich war fucks für die tausend du bist komisch wie du guckst und laufen kann man dich gebrauchen du basta ich weiß nicht weiß nicht wie ich das gerade wie das optisch damit es ein bisschen an 8 4 macht er erstmal so dass er fünf minuten erst mal am durch schreit dann acht whiskeys ich weiß nicht doch egal ja wenn mal interessant ich würde immer gerne normal also interviews technisch reden hören und ob das mega krass verstellt ist weil dann finde ich es mega weg wenn er wirklich so eine stimme hat wiederum respekt fero ist zum beispiel mich ein gutes beispiel an sich nervig aber dadurch dass man weiß wirklich seine stimme so ist krass so so weiß und dmx level ich weiß nicht das kommt für mich nicht melodisch rüber das ist voll so voll wird nicht melodisch meine ich nicht dass es sich offen auf dem beat drauf ist oder sondern ich komme ich nicht rein ich komme nicht rein ich bin sowieso auf mein fuck shit ja der ist verplant auf dem plan was heute abgeht ich glaube heute wird einer erschreckt in seiner nachtschicht ja der kommt mit einem in die bitch rein auf sein fuck shit und erzählt dem nix von muskeln weil die alle sind gefahrt mit ja du brauchst mir nicht erzählen ich bin schon auf der leine ja ganz viel zu keinem ja dann zieh deine hunde leine ey ich bin der zander vielleicht nicht zum scheine doch ich bin da so mein umstehle ich bin da alleine ja ich glaub unterstützung kommt sofort ja und komm die bollen dann bin ich sicher nicht vor ort ich hab alles mit und lass die küche nicht im dorf wenn sie mein pfeifen nicht hört dann hört sie sich auf mein port boah der recker das ist echt schon schlecht das ist ja schon fast das ist ja schon wack alter bruder was macht er da äh 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 da geht er da runter so mit der stimme fast schon leise so beim abmischen als das wurde er gerade oh gott du videoschnitt und so weiter alles cool inszeniert aber ich finde auch dass sein image scheint auch rein gar nicht zu ihm passt also optisch visuell transportiert er für mich auch gar nicht das was der raps das ist für mich eigentlich eher so ein kiffer dude so weißt du so ein wie soll man das auch sagen so ohne ohne da jetzt jemand auf die füße zu treten überhaupt nicht meins so versuchen wir das mal politisch korrekt zu äußern ich finde es eigentlich scheiße aber das ist halt auch immer sehr abwerten wenn man sowas sagt ne aber es ist schon wirklich scheiße oh man ja ist auch okay muss auch immer gut sein also was soll man machen das ist auf jeden fall für mich nicht das gelbe vom ei hier ja freunde ich hoffe ihr hattet spaß mit dem video lasst mir einen daumen nach oben da würde ich mich so freuen und ansonsten auch einen daumen nach unten tut es auch ich bin raus euer menschon peace ja 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 ja